Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem MehrGeschäft-Kanal. Mein Name ist Max, Conversion-Experte bei MehrGeschäft. Und heute soll es um einen weiteren psychologischen Trigger gehen, nämlich Autorität. Wie wir uns dadurch beeinflussen lassen und wie du dadurch deinen Expertenstatus ausbauen kannst. Wenn du wissen möchtest, wie das geht, dann würde ich sagen, bleib dran. Wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Video. Mein Name ist... Genau, aus dem Namen. Nummer 1 Regelung Online-Marketing. So, dann lass uns erstmal anschauen, warum ist dieser Trigger überhaupt so ausgeprägt. Liegt insbesondere daran, weil das unseren Entscheidungsprozess massiv verkürzt. Das hat psychologisch seinen Sinn, weil du triffst am Tag so viele Entscheidungen. Und wenn du jetzt über jede einzelne Entscheidung erstmal bewusst drüber nachdenken würdest, die hinterfragst oder von allen Seiten beleuchtest, dann würdest du wahrscheinlich zu gar nichts mehr kommen. Und deshalb halten wir uns einfach gerne an den Rat von Experten oder sogenannten Experten, damit unser Gehirn einfach viel, viel effizienter arbeiten kann. Und ganz deutlich wird das auch dadurch, dass wir halt einfach so groß geworden sind. Weil als wir kleine Kinder waren, da wussten unsere Eltern, unsere Lehrer einfach viel, viel mehr als wir. Und gerade in der Schule, da hieß es ja, hinsetzen, Klappe halten. Und wenn du da nicht gemacht hast, was deine Lehrer von dir verlangten, oder du hast dich nicht an die Regeln gehalten, hast deinem Vordermann Kübelchen an den Kopf geworfen, oder hast mit deinem Nachbarn die ganze Zeit gequatscht, dann musstest du vor die Tür, hast vielleicht ein Klassenbucheintrag bekommen, oder nächsthöhere Autorität, du musstest zum Direktor. Und deshalb, wenn du das gemacht hattest, was Autoritäten von dir wollten, dann wurdest du dafür belohnt und deshalb sind wir autoritätshörig. Und es gibt jedes Jahr in Deutschland gibt es eine Umfrage, anhand derer man einfach herausfinden möchte, was sind so die am meisten respektierten oder anerkannten Berufe, und du wirst sehen, auf den vorderen Plätzen oder auf dem ersten Platz meine ich, sind immer Ärzte. Und liegt wahrscheinlich daran, hohe Zugangsvoraussetzungen, die studieren eine halbe Ewigkeit, die wenigsten haben einen medizinischen Background und den meisten ist ja auch relativ viel an ihrer eigenen Gesundheit gelegen. Und deshalb vertraut man da oftmals völlig blind auf das Urteil des Arztes. Und das Krasse ist, das gilt sogar nicht nur für Nichtmediziner, also diejenigen, die einfach keinen medizinischen Background haben, sondern das gilt sogar innerhalb des medizinischen Systems. Da gibt es auch eine ganz klare Rangordnung. Und wenn man da auf dem unteren Niveau ist, dann widerspricht man selten beispielsweise einem Doktor. Also ein Medizinstudent, der wird jetzt wahrscheinlich nicht zu seinem Doktor hergehen, zu dem Chefarzt in der Klinik und wird sagen, du hör mal, da habe ich aber im zweiten Semester, da habe ich das ein bisschen anders gelernt. Also die haben auch so eine fast schon automatische Gehorsam. Und da gab es auch ein sehr, sehr cooles Experiment, beziehungsweise wenn man mal so drüber nachdenkt, ist es eigentlich nicht so cool, weil eigentlich ist es eher erschreckend. Aber daran wird das wirklich deutlich, was da eigentlich tatsächlich für eine Rangordnung herrscht. Und zwar hat mal ein Forscher in verschiedenen Krankenhausstationen angerufen und hat Pflegepersonal, also wirklich gut ausgebildetem Pflegepersonal, die auch einen medizinischen Background haben, hat ihn angewiesen, einem bestimmten Patienten ein Medikament zu verabreichen. Jetzt muss man nur wissen, dieses Medikament, das der da verordnen wollte, durfte man nicht verordnen, weil es war nicht mal zugelassen. Punkt Nummer zwei, die Dosis, die war mehr als das Doppelte so hoch, als das, was als Höchstdosis auf der Packung überhaupt definiert wurde, wurde mehr als doppelt so hoch von dem Arzt angewiesen. Und es ist rechtlich gar nicht erlaubt, dass du Anweisungen vom Telefon befolgst. Und eigentlich der letzte Punkt, wo eigentlich jeder hätte stutzig werden müssen, der Herr hat sich ja als Doktor ausgegeben von dieser Klinik, aber keiner dieses medizinischen Personals kannte ihn tatsächlich. Warum? Weil es ihn nicht gab. Der hat einfach einen fiktiven Namen, hat sich einfach als Doktor ausgegeben, aber den Namen gab es nicht, sie kannten ihn nicht. Und nichtsdestotrotz, 95 Prozent des Pflegepersonals, die hätten dieses Medikament verabreicht, hätte man das Experiment nicht vorher gestoppt und hätte gesagt, hey, das war jetzt einfach nur ein Experiment. Die hätten das gemacht und hätte wahrscheinlich ziemlich schlimme Konsequenzen gehabt. Und es gibt noch viel, viel krassere Beispiele tatsächlich, wo man einfach auf so einen Arzt mit einem Arztkittel gehört hat. Aber ich denke mal hier, das ist so ein ziemlich kurzes, plausibles Beispiel. Und das gilt nicht nur innerhalb des medizinischen Systems, sondern auch im Alltag. Also wenn irgendjemand eine Uniform trägt, dann gilt er auch schon als Autorität. Oder es gilt auch schon bei teurer Kleidung. Oder da gab es auch ein ziemlich cooles Beispiel. Da merkt man wirklich, dass es unterbewusst ist. Und zwar hat man ein Beispiel gehabt, ein Experiment an einer Ampel, die erstmal rot war und dann ist die auf grün umgesprungen. Und da war es so, wenn das Auto vor dir irgendwie eine Luxuskarosse war, irgendein teures Auto, ein Porsche, ein Ferrari, was auch immer, dann hast du viel, viel später angefangen zu hupen, als wenn vor dir irgendwie ein Toyota Aigo oder ein Nissan Micra oder irgendein Kleinwagen stehen würde. Und nachher wurden die Fahrer befragt, hat dich das beeinflusst? Und die haben natürlich alle gesagt, natürlich nicht. Nee, das spielt auch keine Rolle, was der für ein Auto fährt. Aber es war so, die haben viel, viel später angefangen zu hupen, als wenn das jetzt irgendwie ein Kleinwagen gewesen wäre. Und ein anderes Beispiel war auch einfach bezogen auf die Kleidung, war auch an der Ampel. Da war es so, da ist einmal ein Herr rübergegangen in einem Anzug und Ergebnis war, dreieinhalb Mal so viele Menschen sind ihm gefolgt, als wenn er jetzt einfach nur normale Klamotten angehabt hätte. Ja, das läuft einfach auf Autopilot, ohne dass wir wirklich darüber nachdenken. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du dir das Ganze im Online-Marketing zu Nutzen machen? Gibt es wieder verschiedene Wege? Lass uns mal beginnen, wenn du im E-Commerce unterwegs bist. Mal angenommen, du verkaufst orthopädische Schuhe oder du verkaufst irgendein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel, also einfach irgendwas, wo es Sinn macht, dass das von Ärzten empfohlen werden könnte, weil es sind ja hohe Autoritäten, da macht es aus Conversion-Sicht teilweise einen Unterschied von 20, 25 Prozent. Wenn du einen Arzt hast, ein Bild von einem Arzt, der so einen weißen Kittel anhat, der ein Stethoskop um sich hat, der dann das Ganze empfiehlt. Also ich habe mir jetzt kürzlich so ein Mini-Trampolin gekauft und die haben mit richtig vielen Autoritäten gearbeitet. Also es hat gesundheitliche Benefits auf verschiedensten Wegen und die haben dann einfach ganz viele Ärzte genommen, die gesagt haben, wenn du Probleme damit hast, dann ist es förderlich dafür. Immer wirklich einen Spezialisten in dem Bereich. Ich habe auch vorhin extra nochmal nachgeschaut, die haben auch mit dem Bundesverband Deutscher Rückenschulen oder sowas irgendwie gearbeitet, dass von denen zertifiziert war und von denen empfohlen wird. Kennen wir jetzt nicht, denke ich mal, also ich kannte es zumindest vorher nicht, aber wenn du Rückenprobleme hast, dann ist dieser Bundesverband, das ist natürlich eine ziemlich hohe Autorität für dich. Und von dem her, guck, ob du in deiner Nische irgendwie einen Experten gewinnen kannst oder einfach schreiben kannst, von Experten empfohlen oder im Optimalfall vielleicht sogar irgendwie eine Koryphäe, irgendwie einen Experten in deiner Nische gewinnen kannst, dass der dir ein ausführliches Testimonial verfasst. Weil wenn der jetzt sagt, das, was du machst, das ist gut, dann färbt das auch automatisch auf dich ab. Und dann ist das natürlich super. Oder was wir auch machen, beispielsweise bei der Sieben-Wochen-Challenge, da werben wir auch damit bekannt aus. Oder zum Beispiel bei mehr Geschäft. Pascal Pfei, da können wir immer sagen, Pascal Pfei schreibt für Focus Online als Online-Marketing-Experte. Funktioniert sehr, sehr gut. Verleiht ihm automatisch Autorität und Expertenstatus, weil Focus Online kennt nahezu jeder, ist ein relativ renommiertes Blatt und nicht jeder kann einfach mal für Focus Online schreiben. Und das machen wir bei der Sieben-Wochen-Challenge auch, dass wir halt sagen, Daniel Lukoschek, bekannt aus Focus Online, bekannt aus ZDF, auf dem Cover von der Stern gewesen. Und bei uns auf der Webseite, auf der Image-Seite, haben wir sogar das Diplom-Zeugnis von Daniel Lukoschek haben wir einfach auf der Seite aufgeführt. Was einfach auch noch mal bestätigt, der ist Diplom-Sportwissenschaftler. Das sorgt einfach dafür, wenn der jetzt irgendwie eine sportliche Empfehlung gibt, dann werden das die wenigsten anzweifeln, weil das kommt ja von einem Wissenschaftler. Und das ist halt dieser Effekt der Autorität, des Expertenstatus. Und ja, oder noch ein cooler Punkt, den habe ich zwar schon kurz bei meinem letzten Video angesprochen zum Thema Social Proof, liefert aber nicht nur Social Proof, sondern erhöht auch deine Autorität, deine Expertenwahrnehmung, ist, wenn du die exakte Anzahl der Verkäufe auf deiner Seite ersichtlich machst. Das machen wir bei der Sieben-Wochen-Challenge so, dass wir wirklich die absolute Zahl, die exakte Zahl angegeben haben, wie oft hat sich die Sieben-Wochen-Challenge bislang verkauft. Weil es im Kopf deiner Zielgruppe entsteht ist, wenn das sich so oft verkauft hat, dann muss der ein Experte sein. Ja, weil ansonsten hätte sich das nicht so oft verkauft. Und von dem her, vielleicht kannst du auch sowas nutzen, muss natürlich immer den Tatsachen entsprechen, auch immer ganz, ganz wichtig. Du kannst nicht einfach irgendwas behaupten, 538, 1000 Mal verkauft und sonst was. Muss schon stimmen, ja, aber falls ja, dann erwähn das auch, weil das erhöht deinen Expertenstatus. Und deshalb hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Falls ja, hinterlasst dem gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Mehrgeschäft-Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche dir frohe Ostern, alles Gute, bis dann, ciao.